Nein, ich habe zu ihm keinerlei Beziehung mehr und ich werde auch keinerlei Beziehung mehr haben, weil kein Vertrauen mehr da ist, weil er sehr viele ganz böse Sachen hinter meinem Rücken erzählt hat. Und hinter meinem Rücken erzählt hat, dass das Wheel of Mohammed Projekt ein Projekt sei, dass wir, ich und Bilal Gümüş für den Verfassungsschutz arbeiten, um das Lease-Projekt kaputt zu machen. Und deswegen ist der, und ich habe selber die Screenshots gesehen in der Lease-Gruppe gepostet worden und deswegen, deswegen werde ich mit ihm keinen Kontakt mehr haben können, weil wenn das Vertrauen einmal kaputt ist und jemand für dich ein linker Typ ist, ist die Beziehung kaputt. Weil du kannst ihm auch nicht mehr vertrauen, du kannst ihm auch nicht mehr vertrauen, wenn er sich bei dir entschuldigt.